Die große Neuerung beim Subaru Forester des Modelljahr 2015 ist die Einführung der Lineatronic. Lineatronic ist die Typenbezeichnung seitens Subaru für das CVT-Automatikgetriebe. In diesem Fall wird die Motorleistung über einen Wandler auf eine Zugkette übertragen, die zwischen zwei variablen Kegelscheibenpaaren die Kraft auf den weiteren Antriebsstrang leitet. Mittels Schaltwippen kann der Fahrer auch manuell sieben fest eingestellte Übersetzungsstufen abrufen. Die Kombination des Drehmomentstarken Diesels mit der Automatik funktioniert prima und sehr komfortabel. Auf einem der letzten Fotos habe ich die digitale Verbrauchsanzeige nach über 200 km Fahrt festgehalten. Auch wenn diese Ergebnisse nicht 1 zu 1 mit der effektiven Nachtankmenge übereinstimmen müssen, so deutet die Anzeige doch auf einen ähnlich günstigen Verbrauchswert wie mit dem manuellen 6-Gang-Getriebe hin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017